Was war das für die Taktik? Ja, sehr zufrieden. Zumindest die ersten zwei Sätze haben wir souverän gespielt, souverän angenommen und ganz oft eine Block-Situation gehabt. Im dritten Satz haben die ein bisschen die Taktik umgestellt, hatten wir Probleme, aber trotzdem am Schluss dann souverän geworden. Ja, Arte hat uns viel Sicherheit gegeben. Madelea Helic hat erstmal die Aufschläge reingebracht und dann haben wir Punkt für Punkt gespielt, was dann auch wichtig war. Wir passen sehr gut. Ich denke, das ist das beste, was wir heute gemacht haben. Die Team war fokussiert. Wir haben noch ein bisschen die Konzentration verloren, aber es ist normal. Wir haben versucht, alle Spieler zu verändern. Es war sehr wichtig für uns, zu spielen mit verschiedenen Lineups. Und okay, es funktioniert. Wir haben noch ein bisschen die Konzentration verloren, aber das ist wiederkundige Schafe, zu spielen mit den drei Sätze zu setzen. Das ist sehr wichtig für uns. Und jetzt haben wir auch noch eine gute Konzentration verloren. und sanning.